Sind die Kleider schon da? Ja! Yes! Die sind schon da! In einer hervorragenden, wunderschönen Ausführung. Voll bestickt. Das ist zum Beispiel das Kleidchen, das ich an habe. Schau dir das an. Alles schön bestickt bis nach oben. Voll leichtes Bamboll-Kleidchen haben wir in Small-Medium und Medium-Large. Natürlich haben wir auch gerade den Spaghetti-Träger. Dann mit so breiteren Ärmeln, die sind ja 65 Euro. Kleidchen von 45 Euro. Auch tolle olivgrüne Schema. Dann gleich noch ein bisschen mit Gold von 50 Euro. Hier entsteht eine wunderschöne Auffallierung. Schaut euch das auch an. Das ist wunderschöne Seide. Das ist ja auch tolles Kleid. Boho-Kleidchen für 65 Euro. Schaut euch die Ärmel an. Das Täschchen stört ein bisschen. Das sind auch tolle Bamboll-Kleidchen für 69 Euro. Mit einer Naturkurbel. Und diese wunderschönen Farbschämen für 65 Euro. Das sind auch ganz toll. Es heißt, meine Lieben, von Bambolle bis Kose bis zur Seide, alles ist dabei. Ihr müsst nur vorbeikommen und etwas Nettes anprobieren. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Samp an. Samp an. Samp an. Samp an. Samp an. Untertitelung des ZDF, 2020